Glück auf zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen video hier auf eurem stammplatz 1848 ich freue mich sehr dass ihr am start seid und ihr wisst worum es geht es geht um das letzte derby in der saison 2022 2023 ihr wisst um was es geht es geht um so 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 viel es ist unfassbar spannend und ich spüre es eigentlich jetzt schon in jeder faser meines körpers was übermorgen passieren wird es wird es wird dass das immer wahrscheinlich einer der emotionalsten spiele der saison mit also vor allem auch in der vorbereitung sage ich mal das heißt wie man auch selber dann ins stadion gehen wird oder sich das spiel zu hause anguckt wo auch immer es wird denke ich mal wirklich auch einer der emotionalsten spiele dieser saison und ja ich bin gehypt ich habe bock und ich freue mich einfach auf der anderen seite aber natürlich auch klar so ein bisschen im kopf was in der letzten zeit alles so los war und wie beide mannschaften halt dann auch so gespielt haben und natürlich kann man auch einfach vorweg sagen schaut man sich nur das papier an wir gehen da gleich auf noch ein paar so auf so ein paar dinge ein schaut man sich nur das papier an ist die sache klar das braucht man gar nicht das braucht man gar nicht irgendwie schön reden oder sonst irgendwas aber jetzt kommen das große aber ich hoffe dass jetzt wenigstens ein einziges mal in dieser saison das derby richtig angenommen wird das erwarte ich von der ganzen mannschaft das spiel auf schalke war scheiße das spiel in dortmund war okay es war die mannschaft hat gefightet dortmund war einfach nur super effizient aber es war auch nicht so das wahre das heimspiel gegen schalke darüber brauchen wir nicht zu sprechen und jetzt das heimspiel gegen dortmund leute ich erwarte von euch alles ich erwarte dass ihr euch dass ihr euch gefühlt in jeden ball rein schmeißt und solltet ihr mit fleischwunden vom platz gehen hat ist egal hauptsache ihr versucht dieses spiel so anzunehmen dass man auch merkt dass ihr im derby fieber seid ich möchte euch gar nicht absprechen dass ihr in der vergangenheit nicht eingestellt war auf solche spiele aber es kam nicht rüber und diesen funken möchte ich einfach spüren so wie in anderen spielen wir das in der saison ja auch gezeigt hat wenn ich an leipzig denke hier zu hause oder ein anderer heimspiel oder auch anders mancher auswärts spiel ich möchte dass ihr euch so reinhängt wie in diesen spielen und noch mal 50 prozent mehr das ist meine erwartung und egal wie das ergebnis am ende ausgeht oder das spiel am ende ausgeht und das ergebnis am ende dann aussieht möchte ich das sehen das möchte ich sehen und ich habe ja gesagt ich meine auf die zahlen kann man kann man mal so ein bisschen eingehen aber zuvor gucken uns mal generell so den spieltag an wie denn die begegnung auch unserer konkurrenz ist schauen wir uns das mal kurz an schalke gegen bremen das wird denke ich für schalke auch eine schwere aufgabe weil bremen auch am letzten spieltag wenn ich richtig das im kopf habe 42 gegen hertha bsc gewonnen hat also die sind auch gut dabei wieder die bremer hertha bsc zu gast in bayern-münchen also zu hoffenheim gegen leipzig frankfurt gegen augsburg das sind die partie unserer direkten konkurrenten und ich sag mal so es wäre mehr als wichtig an diesem spieltag vielleicht ein kleines zeichen zu setzen das wäre so wichtig und deshalb muss einfach an diesem abend muss alles stimmen es muss alles passen alle müssen auf 120 prozent laufen und dann haben wir eine chance nur dann haben wir eine chance und ich hoffe einfach nur dass alle wie ich das auch gerade schon gesagt habe dass die mit von der partie sind und das genau so annehmen werden statistisch gesehen brauchen wir eigentlich nicht viel viel sagen 63 spiele gab es bisher in der bundesliga 25 davon hat der bvb gewonnen 17 aber auch wir 21 ging unentschieden aus das letzte heimspiel gegen den bvb konnten wir 2007 gewinnen das ist schon etwas her aber wir wissen ja dass es genau dann auch solche spiele dass die dann ausschlaggebend sein können mal wieder vielleicht das ruder rumzureißen und der bvb ist natürlich auch in einer kleinen druck situation und vielleicht müssen wir genau auch das ausnutzen denn jeder denkt und jeder erwartet dass die gegen uns abliefern und uns gefühlt aus dem stadion aus dem eigenen stadion schießen und genau das müssen wir von anfang an versuchen diesen druck den die auch haben jetzt der gejagte sozusagen zu sein dass wir diesen druck dass wir das für uns nutzen und sofort von anfang an pressen 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 und versuchen die zweiten bälle zu erreichen um unser spiel schnell nach vorne zu bringen und dass unser vfl natürlich immer so ein paar anlaufschwierigkeiten hat da sieht man das hatte ich letztens auch schon gesagt wenn man sich die ganzen werte auch mal so im vergleich ansieht das gucken wir auch mal jetzt dass wir von dass wir gerade manchmal zu beginn dass wir dass wir dass wir zu viele fehler auch haben natürlich zieht sich das auch durch den durch den spielverlauf aber wir müssen vor allem darauf achten dass wir das spiel nicht von anfang an aus der hand geben weil dann habe ich nämlich oder ist meine erfahrung oder das was auch statistisch auf dem papier steht ich glaube wir haben kein spiel nach einem nach einem rückstand gedreht ich weiß nicht kann sein dass ich mich täuschen aber gefühlt haben wir nie ein spiel gewonnen wenn wir im rückstand geraten sind und deswegen müssen wir alles tun um diesen um diesen frühen gegenschlag zu verhindern dass keiner irgendwie von dortmund schnell vor unsere bude kommt und dann dass das erste tor macht sondern dass wir das erste tor machen und die dann weiterhin unter druck setzen das muss eigentlich ziel sein und ich würde jetzt auch mal sagen personaltechnisch sollten wir da auch natürlich schauen dass wir dass wir eine kleine anpassung vornehmen auf dort noch mal kurz zu sprechen bevor wir dann auf unsere aufstellung auch kommen werden die ich erwarte oder die ich mir wünsche gegen dortmund die dortmunder haben natürlich in guten lauf wenn man natürlich aber auch so schaut sind sie auswärts auch mal anfällig wenn man das spiel gegen stuttgart sich anschaut wo sie am ende halt auch noch den ausgleich kassiert haben und am ende nur mit einem mit einem punkt nach hause gefahren sind als das spiel dann drei drei stand der entstand haben natürlich dann aber auch wiederum gegen frankfurt mit einem 4 0 gewonnen und haben auch zu hause gegen berlin mit einem 2 1 gewonnen und das das ist natürlich braucht man gar nicht absprechen die qualität des kaders und die leistung generell ich meine man braucht sich dann auch nur die torschützen mal angucken die dortmund auf dem plan hat ich meinen bellingham mit elf toren ein brand mit neun punkten einmal mit acht toren ein reuss mit acht toren hatte ich gerade punkte gesagt also keine neuen punkte sondern wenn ich das gesagt hatte dann natürlich neue tore aber ihr seht das ist natürlich schon krass und es wird höchstwahrscheinlich werden die die ich auch gerade genannt hatte werden auch vielleicht von anfang an sofort spielen das heißt wir müssen natürlich auch defensiv stabiler sein um jetzt auch den bogen zu bekommen zu unserer aufstellung gerade weil wir defensiv stabiler sein müssen möchte ich noch einmal herrn thomas letsch daran erinnern dass masovic als defensiver mittelfeldspieler zusammen mit einem heinz in der innenverteidigung eine für mich souveränere abwehrstruktur wären als es im letzten spiel der fall war oder generell so wie ich mir das eigentlich dann vorstellt von einer guten und stabilen verteidigung weil selbst wenn heinz nicht zu so schnell ist er trotzdem auch seine geschwindigkeit und selbst wenn es dann halt mal so ist dass das dass das irgendwie dass man das vom spiel her so gestalten muss dass schnell nach hinten gelaufen werden muss kann man natürlich auch ein bisschen variabel spielen man kann dann auch heinz beziehungsweise man kann masovic nach hinten ziehen dass man eine fünferkette auch hat das muss man im spiel natürlich dann schauen aber das finde ich das müsste eigentlich so ein bisschen der impuls sein damit wir hin stabiler sind und ich würde auch nicht mit einem osei tuto starten tut mir leid osei tuto hat für mich eher seine stärken in der wenn man das so sagen kann stärken weil er bisher auch noch nicht so viel gezeigt hat aber wenn überhaupt dann in der offensive ich sehe ihn nicht als rechter verteidiger ich sehe ihn als rechten flügelstürmer auf der rechten verteidiger position würde ich gerne ein christian gamboa sehen und wenn das nicht geht weil es eventuell doch zu früh ist für 90 minuten et cetera dann doch ein konstantinos glaube ich ja sei flied ist und selbst wenn es für gamboa nicht für 90 minuten reicht dann schickt ihn aber von anfang an ausfällt und dann wechseln vielleicht danach 50 60 minuten aus und bringen dann stuffy das wäre doch mal ein bisschen mehr stabilität für die abwehr dass man so starten würde ich meine ein philip förster wird sowieso so wie es jetzt stand heute ausschaut wird er sowieso ausfallen das heißt er ist dann auch keine option neben toto zu spielen dem unserem kapitano aber osterhage er hat natürlich seine stärken und er macht es auch nicht schlecht aber gerade gegen dortmund würde ich mir wünschen dass gerade im mittelfeld dass wir da stabiler sind und dass da ein masovic der es gezeigt hat der das kann zusammen mit toto das mittelfeld auch dicht hält weil gerade im mittelfeld geben wir viel 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 zu viele bälle einfach ab ich meine auch ein kevin stöger könnte man auch mal überlegen ob er nicht vielleicht aktuell zu überspielt ist auf der anderen seite fällt mir gerade eigentlich keiner ein der die position eines zehners übernehmen kann weil ich weil wir keine weitere keine weitere person im kader haben am ehesten noch philip förster natürlich aber der wird ja höchstwahrscheinlich spielen können ich meine wir haben sowieso kein richtig so wie man es eigentlich kennt so ein zehner von stöger kommen ja auch 1 2 3 4 gute bälle mal durch aber da muss mehr kommen das ist für mich auch definitiv eine baustelle für die nächste saison und ja um jetzt vielleicht auch noch mal schnell unsere aufstellung so zusammenzufassen für mich riemann soares heinz ordetz gambor lausilla masovic ähm holtmann da bleibe ich bei ich möchte holtmann sehen beziehungsweise an wie adj stöger holtmann und vorne philip hofmann das ist für mich die aufstellung moment moment das möchte ich kurz noch mal korrigieren nicht philip hofmann oder doch philip hofmann ich bin gerade selber im zwiespalt weil ein bruschinski hat es auch gut gemacht auf der anderen seite denke ich mir philip förster müsste eigentlich spielen weil er ist natürlich gerade hinten in der verteidigung bei ecken er ist groß er ist kopfball stark ach das ist schwer aber der bruschinski der hat es nicht schlecht gemacht aber aufgrund der tatsache dass wir auch hinten dann den 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 hofmann benötigen wenn es dann darum geht bälle weg zu verteidigen würde ich einfach sagen ich bleibe dabei also ich setze hofmann möchte aber dass wenn es wenn man merkt dass es gerade in der zweiten hälfte wenn es halt nicht so läuft wie es laufen sollte dass man dann relativ zügig bruschinski bringt damit er dann halt auch seine minuten machen kann um dann halt auch akzente zu setzen ich weiß nicht die pressekonferenz war natürlich noch nicht inwiefern philip hofmann überhaupt noch sag ich mal gefährdet ist überhaupt spielen zu können es gab ja irgendwas mit halsschmerzen und frühe auswechslung deshalb auch im letzten spiel irgendwie so wenn ich das richtig verstanden habe aber das müsste man natürlich jetzt morgen noch abwarten stand jetzt wenn ich das richtig alles im kopf habe und wenn ich das so gelesen habe dann würde nur philip förster in anführungsstrichen fehlen natürlich klar neben kevin kevin schlatterbeck und ich glaube paul grave das sind die beiden die bei uns aktuell auf der verletzungsliste sind thema schlatterbeck das ist natürlich auch bei unserem gegner noch mal interessant ob der überhaupt fit wird für übermorgen der ist aktuell auch auf der fragezeichen liste sage ich jetzt mal da müsste man auch schauen aber selbst wenn ich mein dortmund hat dann auch natürlich die nötige zweite reihe um das dann zu kompensieren aber dass wir gegen dortmund als underdog gewinnen können haben wir auch in der vorherigen saison gezeigt in dortmund natürlich waren andere begleitumstände da und die mannschaft war auch mit dem trainer das war alles ein anderes gebilde ein anderes konstrukt trotzdem konnten wir es schaffen als underdog wir müssen einfach nur die ganze zeit daran glauben dass wir das unmögliche möglich machen können und wir müssen alle müssen zusammenstehen alle müssen mitmachen und ich wehre mich auch ganz vehement dagegen jetzt irgendwie wieder eine diskussion über riemann aufzumachen ich habe viel gelesen und auch hier mit natürlich hat er seinen fehler gemacht aber denkt doch einmal bitte daran wenn man auch die ganze diskussion sich zuvor wieder angeschaut hat habt oder wenn ihr euch die angeschaut habt und ich mir angeschaut habe dann fällt doch einfach auf dass wir ohne riemann in dieser saison sehr viele spiele auch einfach direkt verloren hätten noch mehr verloren hätten also noch mehr spiele ich kann mir nicht vorstellen michael esser ist ein guter torwart aber auch wenn ich so eindrücke aus den testspielen im kopf habe was man natürlich auch nicht ganz so als indikator dafür nehmen kann aber vielleicht täusche ich mich auch und die praxis würde etwas anderes zeigen aber stand jetzt von meinem denken würde ich sagen dass esser nicht die qualität hat die ein manu riemann hat das ist auch gar nicht irgendwie jetzt despektierlich gemeint oder so aber es gibt ja auch einen grund warum jemand stammte hüter ist und ersatzte hüter und für mich ist wie man einfach unsere nummer eins wenn ich an die ganzen paraden denke natürlich hat er sehr viel mist auch manchmal gemacht und hat auch viele tore verbockt die am ende bei uns reingegangen sind aber das auch in vielen spielen den allerwertesten gerettet und ist einfach nun mal ein super torhüter wenn man das im gesamtbild sieht und wenn man das auch in dem moment vergleicht mit den starken paraden die er dann in dem moment auch liefern kann das ist einfach mein meine meinung zu manu riemann man kann denken was man möchte über ihn aber er hat es auch nun mal nicht leicht weil er immer so oft in frage gestellt wird und in der presse steht und überall und das finde ich einfach auch nicht ganz so fair lasst ihn einfach spielen lasst ihn einen freien kopf haben und ich bin mir sicher ich bin mit zu 100 prozent sicher dass er gegen dortmund zeigen wird was er kann und jeder hat mal scheißtage das kennt ihr das kenne ich ich habe auch gut ich habe auch gute und schlechte tage und an schlechten tagen bin ich auch nicht so gut drauf und nicht so produktiv also von daher ist es halt nun mal so und gegen wolfsburg kam halt auch einfach extrem viel zusammen das muss man ja auch noch mal zusammenfassen die qualität des gegners dann die individuellen fehler das soll auch gar nicht irgendwie zum schönreden beitragen aber man muss auch immer das gesamtbild sehen und wie in der zweiten hälfte vor allem die mannschaft dann gekämpft hat ist auch einfach ein zeichen dafür dass die mannschaft sich nicht aufgibt egal wie das spiel läuft und das ist auch extrem wichtig in so einer phase der saison und vor allem im abstiegskampf die mannschaft hat sich nicht aufgegeben und das wurde auch am ende von den fans honoriert und das finde ich extrem wichtig und extrem gut ja das war das was ich euch mit auf den weg geben möchte oder wollte für das letzte derby in der saison 22 23 mein tipp ist dass wir mit einem drei zwei das spiel gewinnen werden es wird offen sein es wird beide werden versuchen alles zu geben beide haben ihre persönlichen ziele die erreicht werden wollen und deshalb denke ich dass es auch ein offensiv geführtes spiel sein wird weil nur mit toren kannst du das spiel gewinnen und deshalb gehe ich stark davon aus dass es ein offener schlagabtausch werden wird und ich hoffe einfach nur mit dem besseren ende für uns und deswegen ein drei zu zwei für den vfl buch schreibt in die kommentare was euch durch den kopf geht was eure meinung ist und lasst uns gerne wieder in den austausch gehen in die diskussion ich versuche immer die kommentare auch zu beantworten und werde aber natürlich auch im vor allem im nächsten video dann immer noch mal so ein bisschen darauf eingehen wie ich sie auch heute wieder getan habe und dann schauen wir lasst einen daumen nach oben da drückt auf den abo button lass die glocke bimmeln damit ihr auch kein video mehr von eurem stammplatz 1848 verpasst und in diesem sinne lasst uns einfach diese diese vorfreude auf das derby auch noch genießen und lasst uns im derby einfach alles geben um unseren vfl nach vorne zu peitschen in diesem sinne bleibt gesund und glück auf zusammen